Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen hier bei Counter-Strike 020 und zwar mit den Tekken Hallöchen Mit den Panyo Yo, Yo, Yo Mit den Tino Habt ihr auch diese entspannende Musik? Und mit meinem Quatsch mit leer Das ist unglaublich ruhig Und nochmal mit dem Malch, ja Vielleicht sollten wir jetzt um... Wie haben wir gefressen? Ich hab schon die erste gefressen Da kamen zwei Wollten wir umdrehen einfach Drücken bei mir nicht an Aber nicht an Doch Teils einen, ja Ich war schon low, weil ich die Nadefall ins... Jaaaa Jaaaa Ich komm Das hat mich getroffen Tino Hm Ja, dann geh weg Lea Geh auf A Jetzt hopp 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 Aber da ist einer Es sind sogar zwei, die Randy nicht töten kann Nö Doch, den habe ich 52 gegeben Plente einfach Tino Plente drauf und Plente Ich bin leer Warte, ich komm 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 Wo ist der? Da ne Da war es Ich hab mir 28 gegeben Dünn Und da kommt Apps Dann kommt die über Mitte Jetzt hast du ziemlich verkackt Das war so klar, dass er dich meint Das war so... Wichser Wichser Du Wichser Das war so... Das war so... Eigentlich müssen wir in der Piste Amor Ja 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 Okay Und dann gehen wir Mitte hoch Mitte hoch zu B Okay Schmuch Ich bin ein Scouter Wenn ihr jetzt Arc 4 habt, dann Plente da Hopp Ja Ja Aufplente Einer kommt von diesem Mittelgang da Du kannst auch an der Seite da außen planten In der Piste Keiner guckt Mitte Randy guckt links Naja, weiter rechts Den Gang da Ich guck hier in der Mitte Der war eben bei B Psst Randy mach mal einen Schritt zurück Was soll die gerade sagen Wenn du das nächste Mal noch ein bisschen Feuer sagen würdest Ja Ich bin eingefallen Aber weißt du was... Ich hab ne schöne Wasser Ne Dragon Ja Naja, wisst schon was ich meine Ne Dragon Schieß mich dort Von Krona King Will ich haben, ich will auch so ne Dragon King Ich hab eine Flapine Willst du dir tauschen, der? Nee, nee Und das A? Warum läuft da eine A? Keine Ahnung Weil der... Ja jetzt lauf mal eine A, komm Hm Funktioniert immer wieder René dort Fuck Fuck Okay Steht auf A Da unten, unten links Da, ja, da, ja, so da Da hat er hochgebrockt Da, ja, 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 ja Standkasten, hör was Oh Wo ist der Typ? Äh Schieß den doch mal ab Oh Gott, Lea, das ist nicht dein Arm Kommt auf A, kommt auf A drauf, was? Das ist ja Kacke, sowas Ja, das war... Oh Och, Leaaah Ich hab mich hier noch reingeschossen Kommt doch auf A, wenn's... Ja Ja, helft jetzt doch mal Library 2 Einer lang, einer Library Ich... Oh, ich dachte jetzt schwer, die Blende in Blende schneller, warte Warte, warte Warte, warte Oh, Mann, dem hab ich nichts gegeben Nee, kommt Hinter dir Lea, hinter dir, da Lea, geht wieder zurück Andere, kommt da Bei Randy Bei Randy Das war nur ne Smoke, wird vertragen Das war Leck War Leck War Leck War Leck War Leck War Leck Das war der Schleck, ey Er ist ein Schleck Das war der Schleck Leute Zehnacht Ja Zehnacht Aktuell ist die Zahl Wir müssen, ey, wir müssen gewinnen ohne Scheiß, sonst krieg ich hier, sonst schwillt mal das schlitz zu, ey Oh, 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 ich hab mir meinen Käppchen Und so Frauenbeutel, das ist gut Das war nicht ganz da Das ist so wie halbleerer Nagelack, wo kann man was rauskommt Ah, ja, viele Probleme kennt Randy, nice Hm, ja, jeden Oh, Alter Drückt mir gleich wieder ein Headdy mit der So eine Schmutz 93 hat er gefressen Oh, man Du, 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 du Hallo Hallo Danke Auf B Auf B Das ist der beste Spot, wenn du Zeit hast Wenn du Zeit hast, kannst du ruhig vorne kommen Oh, fuck Let's dos auf A Okay Also wie gesagt, wenn du, wenn du weißt, dass du frei warst Ja, komm mal her, hopp dich mal bitte hin Ist ihr das jetzt ja diskutiert, das hat euch gerusht Also, ähm Kann man noch auf den Baum, Mike? Ja, doch Nein, komm mal nicht Ich würde nach vorne gehen Warte, er kommt Hint ihr euch? Ja Von links Ah, ne, das ist grün Oh, links übrigens leer ist die Karte Ne, da steht bei mir 204 FPS Mhm OldenMaps.de 298 Ja, ne, es schwankt Es schwankt extrem, ja Na gut, ich bin aber auf Takeover drauf Schön Zu wissen Schwul Ja, ja Ja, ja Aber effizient Ah, ich nie Aaaaaaah Necker, Lea Let's go Auf Wiedersehen Ähm Lea Ernsthaft Ich hatte doch 3 Minuten im Wiederzuverbind Ich habe keinen Fall Hey, im Throat Weiner Bloodbank We are eight Nate War gut, wenn die auch immer geschmissen ist Äh, ich hab die nicht Ich habe nur einen getötet. Nein, nein. Die Schnische ist wunderbar, ja. Das sind welche. Gut Malte. Lea ist wieder da, so wie es aussieht. Also wir haben zumindest kein Bot mehr. Die hätten noch nie einen Bot. Die sind nur aus dem Teamsweg ausgeschmissen. Ne, denn das kriegt sie bei CSGO erst später. Ihr müsst was machen, ihr seid zu zweit. Ja. Zu dritt. Also ich könnte jetzt mal voraus stürmen, aber... Das bringt ja nichts. Mach zu zweit. Mach einfach Stress, Malte. Okay, da ist alles ins Bad. Versandkasten, wo der gehockt hat. Ja. Malte. Malte. Oh, 65 in 4. Kannst du hoch snipen, Malte? Nein. Ich kann nicht kaufen. Doch, ich kann es probieren. Jetzt haben wir einen Bot, super. Ich kann nicht kaufen. Moment. 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 Moment, der andere. Nein, der Bot hat mir da klar. Ja. Ja. Ja, ich will. Ja. Ich will. Oh, der ist echt fix und auf den Beinen. Hä? Da habe ich gar keine Lust da raus zu gehen. Nö. Ich wüsste wieder genug. Boah. Nö. Der ist wirklich fix. Also ich habe noch geschossen. Bei mir. Oh Gott, 68. Malte. Weiter, weiter, weiter. Ja. Kann ich sein. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Wollt ihr die Bombe an? Bomb hat geplant. Ja. Ja, tja, go. Huuu. 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 Ich habe auch mal Leute angeteisen. Das macht nur nichts. Da ist wieder ». Wollt ihr da? Ich habe die Bombe, ich habe eben offen geplant. Halt. Halt. Jörg. Halt doch an. Habe rechts hinten. 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 Schön. Hau. Hau ha. Hau. Hau. Zählt der Bot als normaler Mitspieler? Nee, du erschießt den nicht, weil den können wir übernehmen. Wir können in defensiv stellen, da haben wir wenigstens eine Arbe. Wie ist denn der? Bot. Bot, Cecil. Ja, der deft jetzt hier, das ist das Gute. Cecil, gib mir die Arbe. Oh, ich hab's jetzt, gell? Echt jetzt? Nein. Soll das funktionieren? Du Raudi, die... Ist die Arbe nach oben? Sie hatten keine Arbe, also letzte Arbe hatten sie eine. Könnte ich nicht sehen, das auch. Da kommt doch eine Arbe auf. War nicht so. Keiner von uns, der da gerade so gesteppt hat, das einer warst du. Ich war das. Die haben noch eine. Kommst du noch rein? Ich habe noch, ich bin drin, ich bin drin. Stand, jetzt ist der Poppricht hier. Ey, ey, mir wurde gesagt, kommst mal rein. Stand, kommt. Banane kommt. Äh, Library ist ein AWP drin. Fransch, willst du nicht mal planten? Er hat auch noch einen Smoke. Er könnte ruhig smoken und dann den Weg zur Library zusmoken und dann... 60, ich fress den Library. Das ist natürlich Kontraproduktiv. Mach leise. Mach leise. Nice. Gut, er hat seinen eigenen entschlossen. Der letzte war Library da. Bei dir links. 96 der eine. 60 hat er gefressen. Er hat 40 HP. Das ist Library. Das hier oder was? Hm, der wird links sein. Der wird links oben sein. Der wird links oben sein. Eventuell. Wo links oben. Ah, da wo ich vor uns gestanden bin. Ja, ich glaube ja. Und einen Sandkasten eventuell. Auf jeden Fall in der Ecke irgendwo. Das ist echt Bullshit. Wieso, wenn er es auch links? Kann ich kaufen. Ey, man, Lea hat aber Kohle für alle. Was wollt ihr? M4. Nice. Ja, AK. Ärgerlich. Echt ärgerlich, wenn wir das verlieren würden, ey. Dann hör ich auf mit CSGO. Gut, abgemacht. Ein Mann ein Wort. Wo ist deine Hand? Gott. Warum habe ich jetzt eine AK? Ja. Ob, ey. Wie gesagt, der ist fix. Der Kevin, ja. Ähm, sollten sie ihn nicht drücken? Geh doch mal weg. Ja, du drückst mich die ganze Zeit. Ja, aber du stehst ja einen Weg mit im Gang. 19 in 1, du. Der kann durch die Sandsäcke nicht schießen mit der Scheiß. Alles klar. Kommt einer vor. Bei dir, Lea. Lea, bei dir. Da. Son. Wow, was war das denn? Ich hab doch gesagt, der kommt. Ja, ich hab... Fick dich! Das war jetzt aber sehr gut. Das sah aus Rendys Sicht, gell, aus. Du standest daneben dem und riss ich dich. Schöne Waffe hast du, Randy. Danke, danke. Hast aber nur noch 3 HP. Bin alleine? Ich safen. Safen? Ja, natürlich. Ich bin ein Scheißdreck safen. Na klar, was will er machen? Ich safen. 3 HP ist ja Schwachsinn. Woher wusste der da? Vielleicht weil sein Kollege ihm das noch angesagt hat, dass er da reingegangen ist? Solange... Da konnte er doch nicht hingucken. Er hat gesagt, er muss noch im Hause sein. Wollen wir Take 9, Rush, Banane machen? Oh Gott. Echt ärgerlich für die Scheiße. Ich hab mir jetzt ne Teflagge... Ach, ich bin so blöd. Ist doch nicht blöd. Du auch. Ich hab down 10. Okay. Einfach nur schnell hier durchlaufen mit die AWP und es keinen von uns weg will. Oh shit, Granate. Genau die Fresse kriegt von diesem Opfer. Da war noch einer, da war noch einer, da war noch einer. Nice. Oh, ich hab ihn getötet. Jetzt... Oh nein. Hab ich die Bomben? Ne. Oh, hi. Komm Randy, setz dich auf mich. Zeig mich Randy. Oh. Mike wird gern geritten. Und jetzt? Renni, schau du Bitch. Wie kämpfen wir jetzt? Achso. Mh. Hört die schönen Türgeräusche an. Ehh. 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 Glaub schon. Glaub schon. Da kommt einer rein übrigens, wo ihr saßt Randy. Jaja. Ehh. 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 Ich hab keine Muni mehr. Der ist aber nicht von mir. Ehh. 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 Ich hab Insta in jetzt den Headdy von dem kassiert. Ehh. 1311 ist echt langwierige Geschichte hier. Mit der Einstellung ja. Das war nicht mit der Einstellung für den Senstein ist das Projekt. das projekt ist heißt schmeißt renn die raus nehmen wir rein dann diesmal nicht die mutterfucker schuldigung für die ausdrucksweise ja das tut mir echt leid aber cisco weckt sachen in mir den bösen papa den bösen papa weckt ist wer hat den doch gesehen 68 und 2 dieser ist worst jedes mal könnt ihr bitte die runde gewinnen bitte findest du schon das wort bitte sonst ja der kenny hat jetzt wahrscheinlich awp und ist am sparen von denen wo er den avp hat ja scheißegal der hat einen moment ich opfere mich ähm zack rechts ist auch einer ja er ist da boah was hängt er da denn er schießt noch deine eignen der haus noch nicht kenny kenny ist mit der avp rechts von euch ja netter fuß was wo ist der andere gewesen oh mann der andere war mitte und hat mich da abgekämmt deswegen hab ich auch die.. der war mitte links 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 dreht um die ecke warum blendet ihr nicht? jetzt recht ja er war links ja ich bin grad gehört nee ich schau mir nicht mehr empfehlen er ist jetzt wieder links gegangen ja ich hätte jeden anderen weg gehen können aber ich bin genau da durch die mitte gegangen wo er stand mir hat vorher dem das um 10.000 weg geworfen nee ja 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 verschwenderisches bleib ey ich hab den aber so in den fuß reingeschossen das ist doch behindert ja hast du auch und dann wohnt den warfen durch oder? äh no tja leule nee nee das war voll durch ihn durch 84 mal 11 14 ey das ist echt so ein fuck ja tja pass auf mig was thyhigh sein weil ich da schießt sogar zurück macht euch mauser zeichen das ist mit dem los sache das ist eine naja so wird es halt auch nichts der ist rechts glaube ich ja hab ihn gehört da war noch einer hinten auf uns konnten bei der treppe da war noch jetzt am bp ich bin mike einer war oben friedhof jetzt kannst du ausmachen der letzte ja komm der ist ja sehr schön da war nicht schlecht panio ich hab mich geblockt da war nicht schlecht alter verwalter da könnte man mal zugucken panio hau mal ne waffe her panio nein die willst du nicht die willst du nicht die nehm ich auch aber nicht auf der map man muss halt einigermaßen die Spots kennen auf der map eigentlich oh smoke in your face hühnchen warum schon die smoke gelandet ist nicht auf der seite und rechts in der ecke wollt ihr mich verarschen ernsthaft jetzt ja hab ich nicht hingeguckt war das meine links das war von hinten der äpfel ja ja ne holt mich damit er bis zu woher banane kommt schon bombe ist verschwunden ich bin banane banane zwei letzten beiden sind banane hm nimmt man sich ja das haben sie geschickt gemacht warum warum Mike 3 in 1 ja die tag 9 warum behältst du nicht die tag 9 in der hand und weil die muni was der war da waren nur 5 Schuss drin ups das brand hm leute letzte runde es ist einfach also so so oft habe ich in meinem ganzen leben noch nie in CSGO verloren nicht nur du also gerankt also ohne scheiß gerankt silber keine ahnung mit silber elite master da hab ich weil wir halt auch momentan auch maps spielen bei denen wir halt nicht so die pushen banane inner down habt ihr den ne banane in arena ah ist das nicht guck den doch leer AWP on spot auf A haa ich hatte keine muni mehr aber ich bin da AWP down wo ist die Fackbombe Deco warte auf mich WULGÄR das Kind weiß ganz bestimmt nicht was es heißt gibt es das Wort im englischen überhaupt WULGÄR das ist ein deutscher hallo was wisst ihr ja und ich schreibe es englisch mit dem deutschen mit dem deutschen wort was es im englischen nicht gibt und das ist WULGÄR tak recht zum halte war einer hinter dem Dings da hinter dem brunnen war doch einer mhm ist der hinter dem brunnen lässt du den Schalter einfach drunnen der wird abhauen der ist schlauer oh gott hat der mich erschrocken na gut tschüss you guys eine Kroma King eine Kroma King über noch 80 Cent wert jo viel Spass mit der Abmoderation jo das wars dann im Endeffekt Silver 1 ne nur war 1 und nur war 2 hat wieder wunderbar geklappt wir sehen uns beim nächsten Mal tschau tschüss 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 tschüss